Glück auf, ich begrüße euch zu einem weiteren Video. Frisch von der Wall Street, erst in den Harz und dann hier über den Äther, wie wir Boomer sozusagen pflegen. Heute die Zahlen und Fakten von Realty Income, die ja nicht umsonst sich den Beinamen The Monthly Dividend Company gegeben haben und damit schon mal ihren Schwerpunkt zeigen, was können die gut Dividenden jeden Monat ausbezahlen. Das machen sie glaube ich schon seit 650 Monaten, sage ich mal so, aus dem Gedächtnis. Damit werben sie ja auch und das eben so, dass die Dividenden nicht sinken oder fallen, sondern in der Zeit gleich geblieben oder ab und zu mal leicht ansteigend sind. Muss man das sagen? Wie schaffen die das? Einfach indem die, vereinfacht gesagt, Immobilien kaufen im gewerblichen Bereich, hauptsächlich Retailimmobilien, sprich Verkaufsstellen, meistens von einem Unternehmen, was in diesem Gebäude sitzt und dann über Mieten, die man einnimmt, langlaufende Mietverträge, 10, 15 Jahres Mietverträge im Mieten kassiert und nach Abzug aller Aufwendungen, die man hat, dann einen großen Teil der Erträge an die Aktionäre jeden Monat ausbezahlt. So kann man sich das ganz einfach vorstellen. Klingt erstmal ganz einfach. Fragt man sich, warum habe ich selber noch nicht sowas gemacht? Nun ja, zum einen ist das halt ein REIT. REIT gibt es in Deutschland auch, glaube ich, drei oder vier. In Deutschland sind die auch beschränkt auf Gewerbeimmobilien. In den USA kann man jeglichen Immobilien oder auch Hypothekenpapiere, also alles, was so ums Thema Immobilien geht, findet man dort in REITs. REIT Income ist nicht mehr nur in den USA tätig, sondern hat auch in Europa und selbst in Deutschland einige Immobilien, die sie gekauft haben und die sie hier vermieten, sozusagen. So, das mal erst als kleinen Einstieg. Wir fangen dann vielleicht, bevor wir hier hineinschauen, gucken wir mal auf die Kursentwicklung der Aktie. Muss ich selber mal hier gucken, wo ich die dann hier wieder gespeichert habe. Das sind die Ölaktien. Können sie hier sein, ja. Letzten zwölf Monate, wir hatten jetzt eine lange Phase bei den hohen Zinsen, ohne Aussicht auf Zinssenkungen, wo die Aktie niedrig bewertet war. Das traf eigentlich für alle REITs zu. Man hatte hier durchaus Kurse mal von 50 Dollar knapp dran oder so 52. Das gab es schon relativ häufig. In der Phase habe ich auch mal wieder Aktien gekauft und habe die dann in den Anstieg hinein verkauft, um so ein bisschen Geld mitzunehmen. Im Moment habe ich die Aktie nicht. Dann haben wir hier so ein Plateau gesehen, durchaus mit Anstiegen. Und jetzt nach dieser doch etwas merkwürdigen Entwicklung der steigenden Zinsen am Langfristmarkt, obwohl die FED die Kurzfristzinsen gesenkt hat, sehen wir hier auch wieder einen Rücksetzer. Dann kommen noch die Unsicherheiten wegen der US-Wahl. Also im Moment ist hier wieder der Rückwärtsgang bei Realty Income eingelegt, meiner Meinung nach. Wie weit das aber gehen wird, ist unklar. Also wenn eine Möglichkeit wäre, auch dass die FED anfängt, wieder amerikanische Staatsanleihen, 10-Jährige zu kaufen und damit den Markt abschwächt und dann werden die Zinsen wieder sinken. Auch am langfristigen Ende wäre eine Möglichkeit. Aber im Moment ist da also ein bisschen Druck hier, auch auf der Aktie. Man sieht sehr klar, es geht wieder so ein bisschen nach unten. Werden, who knows, das ist immer schwer vorhersehbar. So, wie gesagt, mein eigenes Exposure. Ich habe es trotzdem hier schon mal drin. Realty Income 0. Erster Kauf im März 2021 war auch eine der Aktien, die ich früh gekauft habe und ist meiner Meinung nach auch ein Wert. Wenn jemand mit Dividendenaktien anfangen will oder mit Aktien überhaupt, dann sage ich immer, kauf erstmal Realty Income. Hat relativ niedrige Volatilität. Da kommen wir nachher in den Bericht von denen noch zu. Da legen die auch einen Schwerpunkt drauf. Ja, dann mein letzter Kauf war hier 6.11.23. Stimmt das? Dachte, ich hätte danach noch gekauft. Aber gut, kann mich täuschen. Aktuelle Kurs jetzt knapp unter 60 Dollar sind wir wieder. Zwischendurch waren es ja mal 65. Im Moment verspricht es eine Dividendenrendite, wenn man jetzt kaufen würde, für 5% bei 54 Euro. Der Wert, ich selber habe 750 Euro durch Käufe und Verkäufe verdient und knapp 1.000 Euro über Dividenden von der Zeit, in der ich die Aktie gehabt habe, logisch. Und das macht insgesamt 1.700 Euro Ertrag, eine 9% Verzinsung auf das Kapital, was ich dort eingesetzt hatte. Denn im Moment habe ich dort kein Kapital. Ja, so viel also zu meinen Erfahrungen mit Realty Income. Aber wir wollen uns ja jetzt eigentlich hier mehr auf die Zahlen stürzen, sozusagen. Boden und Gebäude, sprich der Asset-Bestand, der Bestand im Anlagevermögen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Wenn man die Assets vermietet, welche habe ich überhaupt? Wenn ich Häuser vermiete oder Wohnungen, wie viele habe ich überhaupt? Also, okay, da kann man sagen, die haben schon mal viel. Die haben 15.457 Objekte. Und das sind ja keine Eigentumswohnungen, sondern eben Gebäude. Wie gesagt, fast immer mit nur einem Mieter drin. Also, das sind so Gebäude im Wert. Ja, ich gucke jetzt hier hin und sehe es. Im Schnitt 3 Millionen Euro. Also, das können Tankstellen sein, 7-Eleven-Shops. Das können eben Apotheken sein. Walgreens fällt mir da gerade ein. Oder auch Walmart. Oder eben diese größeren Objekte, die stecken da auch drin. Es gibt natürlich dann eben einige kleine. So ein 7-Eleven-Shop kostet wahrscheinlich keine 3 Millionen Dollar in der Herstellung. Aber es gibt eben auch einige größere Objekte dabei. Hier die Decathlon-Shops in Europa. Das sind ja nun schon große Dinger. Supermärkte in Europa teilweise. Tesco weiß ich. Und dann aber auch Fitnesscenter. Das meandert dann auch so ein bisschen weg. Die haben ja zuletzt auch ein paar Industrieanlagen hinzugekauft. Dann haben wir auch zwei Casinos. Die sind einzeln natürlich schon. Da sind wir schon im Bereich mehrere 100 Millionen. Kann man sagen, die verzerren das. Hier ein bisschen nach oben. Möglich. Wir waren also, bevor es die Casinos gab, hier im Gebäudewert ein bisschen niedrige Gebäude sind natürlich jetzt auch teurer geworden. Hier so längs gucke. Die Entwicklung, was den Gebäudebestand angeht, ist durch Merger geprägt. Wir haben also hier noch 6500. Wir haben jetzt das zweieinhalbfache. Hier gab es einen fetten Merger sozusagen von 6, 5 auf 11, 1. Und dann gab es hier auch nochmal einen Merger, mit dem man dann den Sprung über die 15.000 Gebäude geschafft hat. Ein Volumen von ungefähr 50 Milliarden Dollar, die man in diesen Immobilien stecken hat. Wie gesagt, die meisten sind langfristig vermietet. Man hat, ich habe die Zahl gefunden, dass wir 169 dazugenommen haben. Und dann müssen eigentlich 162 in diesem Quartal rausgeflogen sein. Sie selber sprechen nur von 98. Ist mir jetzt müßig, suche ich jetzt nicht nach. Das ist reine Rechengröße hier bei mir, um wieder auf diese Zahl zu kommen, wenn man von dieser Zahl losgelaufen ist sozusagen. Vielleicht sind auch einige abgebaut oder geschrottet worden. Das kommt auch ab und zu mal vor, dass man die Immobilie wegnimmt und dann das Land weiterverkauft. Aber ich kann es dann auch nicht weiter nachvollziehen. Darlehensbestand hat auch zugenommen. Bisschen schneller als der Bestand hier an Immobilien. Plus 1,4% gegenüber vor Quartal die Darlehen haben, um 2,5% zugenommen. Okay. Das ist jetzt eigentlich nicht so wichtig. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele Darlehen in drei Jahren fällig sind an Secured Bonds. Da wird sich wohl nicht so groß was geändert haben. Vielleicht finden wir die Zahl noch irgendwo. Ein Kapitalbestand. 38,4 Milliarden. Hat leicht abgenommen. Aktienrückkauf haben wir hier nicht. Das heißt, es steht zu vermuten, dass die Dividendenzahlung größer war als der Gewinn in diesem Quartal. Dann haben wir eben eine Abnahme des Eigenkapitals. Bilanzsumme ist auch leicht gestiegen um 0,6. Aber eben hier deutlich langsamer als die Fremdmittel gestiegen sind. Und demzufolge ist es auch logisch, dass wir einen Rückgang hier im Eigenkapital haben. Von 56,7 auf 56,2. Okay, das würde ich noch nicht als dramatisch einschätzen. Aber wir sehen hier so grundsätzlich, wir waren hier mal so bei 58% Ende 2021. Das war im Eigenkapital so um 2% Punkte hier schon nach unten gelaufen sind. Also hier over here 1,8%. So, dann kommen wir auf die Einnahmen. Die Mieteinnahmen sind nicht gestiegen. Ich habe hier eine Zahl von 1,27 gefunden. Das ist 1% unter Vorquartal. Wir haben hier allerdings 26% über Vorjahr. Das hängt aber eben auch damit zusammen, dass durch den Merger mehr Volumen sozusagen dazugekommen ist. Die Leerstandsquote ist gut. Wir hatten also durchaus hier 1,4% in den letzten Jahres und sind jetzt besser. Aber wir sind schlechter als im Vorquartal. Wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, ist das aber wirklich eine sehr kleine Anzahl von Immobilien, die man hier als im Leerstand befindlich oder zu vermieten befindlich ausgewiesen hat. Also im Unterschied zum Vorquartal. Das können wir vielleicht in dem Bericht auch nochmal gleich anschauen. Ich meine, es sind nur 10 Immobilien mehr oder so. Also das ist nicht sehr viel. Andere Einnahmen sind ein bisschen positiv. Das kann ein bisschen was ausgleichen. Aber insgesamt haben wir noch einen leichten Rückgang hier bei den Einnahmen. Miete pro Gebäude, wenn ich das ausrechne, ist auch so ein bisschen zurückgegangen. Da bilde ich ja immer die Mieteinnahmen geteilt durch den mittleren Bestand. Der Asset sozusagen ist jetzt 10,1. Trotzdem hier drei ganz gute Werte, muss man eigentlich sehen, gegenüber Vorjahren. Man hat ja durch diesen Merger, den man hier auch gemacht hat, mit Scalable oder so hießen die, glaube ich, also Industriegebäude dazu genommen. Und ich vermute mal, dass die ein bisschen höhere Mietquote sozusagen haben, als der Gebäudebestand, den man vorher hatte. Ähm, ja. Dann haben wir die Ausgaben und das sind, äh, als erstes würde ich jetzt schon mal sagen, auffällig die Zinsen, die sind nämlich 5,8% gegenüber Vorquartal gestiegen. Hier haben wir auch den Effekt, dass die Ausgabezinsen, ähm, schneller steigen als die Einnahmen. Also die brauchen dringend, äh, Zinssenkungen auch am, am langen Ende, die wir ja im Moment nicht sehen, damit hier nicht immer weiter die Langfristzinsen ihnen den Gewinn sozusagen, äh, zusammen quetschen. Durchschnittliche Verzinsung hat jetzt auch die 4% übersprungen. Wenn ich also hier die Zinsen durch den Mittelwert der, äh, Ausleihung der beiden, äh, letzten Quartale bilde, dann bin ich jetzt über 4%. Das ist immer noch relativ gesehen relativ niedrig, aber, okay, wir waren hier auch schon, äh, Ende 2021 bei 2,6. Da ist also schon eine Steigerung drin. Da kann man ja sagen, da sind schon mal 50% an Zinsen dazugekommen, rein an diesem Prozentsatz, wenn man so will. Ähm. Die Mergerkosten habe ich hier immer noch mal so einzeln erwähnt. Ob das ein Nachlauf oder noch so ein kleiner Merger ist, äh, keine Ahnung, 9 Millionen. Hier hatten wir eben mal 90 und hier hatten wir mal 167 Millionen. Das waren die großen Merger, die hier durchgeführt wurden. Die sind auch entsprechend teuer gewesen. Ja, äh, äh, nee, da sind wir noch nicht bei Dividenden pro Kurs. So, dann kommen wir zu dem Gewinn und dem AFFO. Das nehme ich immer auf, also Adjusted Funds from Operation. Also der Gewinn, das ist eine Buchhaltungsgröße. Und der ist eben 262 Millionen. Der hat sich dann doch ganz gut entwickelt. Aber man muss immer sehen bei den Zahlen, wie sieht es denn pro Aktie aus? Denn wir haben natürlich immer neue Aktien, die auch herausgegeben werden. Und eigentlich ist für mich als Aktionär interessanter, äh, schaffen die es denn pro Aktie, die Zahlen zu steigern? Also insgesamt wächst das Unternehmen super, aber, äh, die Frage ist, wächst es auch für mich pro Aktie? Das ist, ist ja doch entscheidend. Der AFFO ist also eine Nicht-Buchhaltungsgröße. Man rechnet also den, äh, so eine Art Cashflow aus und den Adjusted man nochmal. Dann ist es der Adjusted Fund from Operations. Und, äh, der beträgt hier 916. Das ist auch ein bisschen die Größe, an der sich die Dividenden, äh, orientieren. Äh, also ein Beispiel, warum das so unterschiedlich ist. Die Abschreibungen auf die Gebäude, ähm, spielen eigentlich keine Rolle. Die macht man, weil man sie machen muss. Aber man geht davon aus, dass man die Gebäude nach Ablauf der Vermietdauer, äh, durch die, äh, den guten Zustand und so weiter. Und den, äh, Gewinn, der auch in dem Grund und Boden drin steckt, der mehr wert wird. In der Laufzeit man aber diese Zuschreibungen nicht macht. Äh, dass man diese Gebäude dann, ähm, ähm, zum gleichen Preis oder darüber noch, äh, veräußern oder verwerten kann. Also EFFO ist konstant geblieben. Wir haben natürlich mehr Aktien. Wir haben hier, äh, zwar im Durchschnitt hat sich die Anzahl der Aktien gar nicht so sehr geändert. Aber, äh, man muss dann wohl kurz vor Ende des Quartals nochmal 5 Millionen Aktien, äh, herausgegeben haben. Denn, äh, hier hat man einen Zuwachs von 870 auf 875 Millionen Aktien. Ähm, also plus 0,5 Prozent ist jetzt auch nicht. Nicht so viel, aber gegenüber vor, ja, haben wir natürlich doch eine Steigerung um 20 Prozent im Aktienbestand. Durch diesen Merger hat man nochmal ordentlich neue Aktien rausgegeben. Das ist aber eine News von Q1, die ich hier, also jetzt in Q2 hat man gar nichts geändert. Und in Q3 hat man jetzt nochmal, äh, 5 Millionen Aktien obendrauf gepackt. Ähm, ja, die Formel stimmt. Der Aktienkurs, wir hatten den Kursverlauf uns angeguckt. Wir haben eben eine Phase, wo wir hier in der Nähe, Entschuldigung, in der Nähe von 50 Dollar gewesen sind. Hier haben wir sogar mal unter 50. Äh, früher war ich es eigentlich auch gewohnt, dass, äh, das, äh, Realty Income so bei 65 bis 70 Dollar gelegen hat. Hier haben wir die 63 noch gesehen. Jetzt sind wir ja im Moment schon wieder unter 60. Dann eine interessante Rechengröße. Wie sieht es denn aus, wenn ich den Kurs zum Net Asset Value in Relation bringe? Diese 63 Dollar sind immerhin ein Aufschlag von 44 Prozent. Aber auch in den, bei den niedrigen Kursen war der Börsenkurs noch deutlich mit 14 Prozent hier über dem Net Asset Value der Aktie. Ich glaube, den publizieren die gar nicht. Den habe ich mir also selber hier ausgerechnet. Äh, die Anlagen, nein, das Eigenkapital geteilt durch die mittleren Bestand der Aktien in dem Quartal. Wären hier also, ähm, 43, nee, durch den Endbestand, so muss ich sagen. Entschuldigung, da habe ich jetzt Unsinn erzählt. Wären hier, äh, knapp 44 Dollar. Ähm, das ist ein bisschen gesunken. Kommt eben aber auch daher, dass das Eigenkapital gesunken ist. Und, ähm, damit müssen wir jetzt mal gucken, wie sieht es denn aus mit dem, äh, Gewinn, wenn ich den auf die Aktien, äh, umlege, auf den Mittelwert der Aktien. Das ist ja diese Größe hier. Eine 28. Und da habe ich hier eine Zahl, Formel stimmt, von 30 Cent. Das hat sich, es ist ein relativ niedriger Wert. Wir hatten hier 16. Hier hatten wir auch 30. Also im ganzen Jahr 1,26 Dollar. Die Ausschüttung ist natürlich viel höher. Damit ist Potenzial, Potenzial eben immer der Druck auf das Eigenkapital da und damit auch der Druck auf diesen Net Asset Value. Es gibt ja auch einige Unternehmen, die berechnen sich dann so ein Adjusted Net Asset Value, wo sie zu dem Eigenkapital noch die Abschreibung der, äh, der Immobilien, die sie halten, dazu addieren und dann sozusagen ein NAV vor Abschreibung sich ausrechnen. Das wäre vielleicht im Immobilienbereich auch sinnvoller. Das zu tun habe ich jetzt nicht getan. Könnte man mal so spaßeshalber machen. Ähm, es fällt einem immer was ein, was man nochmal anders machen kann. Der, äh, Adjusted Fund Form Operation pro Aktie ist eigentlich befriedigend. Und hier 1,05 Dollar, äh, damit kann man eigentlich zufrieden sein. Ich weiß ja jetzt im Kopf auch schon, wie die Dividende ist. Ähm, man hat das auch in etwa halten können. Beim FFO sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, da gucken wir aber gleich nochmal an verschiedenen Stellen drauf. Die Dividende, ähm, hier in diesem Quartal in der Auszahlung 26,3 Cent pro Monat mal 3 sind 0,79, also etwas drunter glaube ich. Ähm, die Steigerung hier gegenüber den beiden Vorquartalen. Ja, 1 Cent, 1 Cent. Äh, das merkt man jetzt nicht wirklich bei den Auszahlungen, weil einfach die Schwankung Euro, Dollar dann größer ist. Äh, also man, man hat da nicht das Gefühl steigender Dividende. Im laufenden Jahr, wir haben, äh, hier trotzdem gegenüber, äh, vor Jahr 2,9 Prozent. Okay, da hatten wir auch die 77 sozusagen. Hier in Q3. Was waren das? Das waren 25,55 Cent pro Monat. Naja, jetzt sind wir bei 26,3. Also hier im Immobilienbereich darf keiner damit rechnen, dass wir eine 10%ige Dividendensteigerung oder so bei Riti Income sehen. Das wird nicht passieren. Die machen das sehr smooth und sehr langsam wächst da die Dividende. Dividende gemessen am AFFO 75%, das ist aber immer noch okay. Wenn man so will, der Cashflow, der reinkommt, davon werden 3 Viertel, äh, ausbezahlt. Wir waren hier sogar schon mal höher. Hier waren wir über 80. Also da ist auch noch genug Luft zum Atmen sozusagen drin. Ja, ich denke jetzt haben wir hier die meisten Punkte angesprochen. Wie gesagt, diese, was in drei Jahren fällig ist, äh, ja, wird wohl in der gleichen Größenordnung sein. Es verschiebt sich immer so ein bisschen, ähm, vielleicht gucken wir nachher nochmal, äh, auch auf die Bestände. Jetzt wollte ich erstmal noch hier in diesen, ähm, ja, hier ist das übrigens, äh, Veränderung in der Belegung. Also in, am 30.06. gab es 185, äh, Gebäude, die nicht vermietet waren und am 30.09. gibt es 196, also elf Stück mehr. Man hat eben auch hier Dispositions gemacht, also das, vielleicht ist das auch Verschrottung und nicht, äh, Verkauf. Ja, das kann sein. Also irgendwie ist man die, äh, Properties jedenfalls los geworden. Man hat von denen, die man neu vermietet hat, doch 130 an eigen, an bestehende Kunden vermietet und nur elf an neue. Das zeigt also, man hat eine relativ hohe Standorttreue, auch der, das ist ähnlich auch, wenn man die ersten neun Monate anguckt, 440 an dieselben Kunden und 32 an neue. Also häufig werden die Immobilien auch von den, äh, jetzigen Mietern einfach wieder für zehn Jahre oder neu gemietet sozusagen. Ja, hier die Highlights aus deren Sicht, die sind natürlich immer sehr positiv, ähm, äh, FFO ist 1,05, hat man mal gesehen, Gewinn 30 Cent, ähm, Cash Yield, also 7,4 Prozent. Ja, man hat hier keine BDCs, die 12 Prozent, äh, Yield haben oder sowas haben wir hier nicht. Ähm, ähm, Nettoverschuldung, äh, gegen EBTA ist 5,4-fach. Ja, das kann es auch ruhig sein, wir haben ja langfristige Verschuldung und wir haben, äh, langfristig sichere Einnahmen durch die Mietverträge, muss man mal so sagen. Ja, falls die Mieter nicht pleite gehen, aber, ähm, ähm, ja, durch diesen, äh, Market-Verkauf hat man 270 Millionen Kapital eben eingenommen. Das sind die neuen Aktien, äh, über die wir schon gesprochen haben. Kann man ja hier mal gucken, 62 Dollar ist der durchschnittliche Verkaufspreis gewesen, mal 5 sind, äh, 5 Millionen. Vielleicht waren es auch nur 4, 4,6 oder irgend sowas, dann kommt man hier auf den Wert, äh, wenn man das, äh, multipliziert. Man hat wieder unbesicherte Nots begeben und da sieht man eben die Langfristigkeit hier mit 5,4 Prozent. Das ist aber wieder über dem Zins, den wir, äh, den ich da ausgerechnet habe. Wie? Äh, äh, und die laufen bis 2054. Holy Moly. 350 Millionen für 5 Prozent bis 2029 und 350 Millionen. Also man hat ordentlich neue Schuld, äh, Titel begeben und wenn ich die 3 Prozentzahlen hier angucke, über dem Durchschnitt des Bestandes an Schuld, äh, Zinsen. Und das wird natürlich in Zukunft ein bisschen Druck, äh, auf die Ergebnisse erzeugen, wenn man höhere Zinsen bezahlen muss. Also man ist auch darauf angewiesen, das kann man aber nun sagen, die bleiben ja jetzt, dieser Zinssatz bleibt ja jetzt auch konstant, während die, ähm, Mieten sich noch erhöhen können. Ähm, also hier zum Beispiel bei den Zinssatz. Bei der Neuvermietung ist man jetzt von 100 Prozent, man hat sich zum selben Zinssatz neu vermietet, sondern mit einem Aufschlag von 5 Prozent, äh, bei der Neuvermietung an, also Released an Kunden, die man schon hatte. Und dann hat man noch das 30er Jubiläum an der New York Stock Exchange gefeiert. Na, da hat man mir aber keine Einladung geschickt, dass ich da mal hinfahre. Ähm, beim FFO sehen wir hier, also die weisen jetzt hier aus, Pre-Funds from Operation pro Aktie, Rückgang gegenüber Vorjahr von 1,04 auf 98. Und ich meine, ich hätte hier bei, ähm, nee, da sind wir bei Capital South West, ich meine, ich hätte hier bei, ähm, Seeking Alpha, jetzt gucken wir mal hier. Na, mach's auf. Ähm, hier gelesen, dass die, die davon sprechen hier, weiß ich jetzt nicht, wie sie drauf kommen, dass der FFO von 1,06 auf 77 gesunken sei. Weil, das kann ich jetzt so richtig nicht bei den Zahlen von, ähm, von, vielleicht, äh, ist das auch wieder ein Mixmax zwischen, ähm, Normalized, die haben sie halt schon wieder Normalized-Funds. Weil der Normalized ist auch von 1,04 auf 99, also Rückgang in, äh, von, von, äh, 1,04 auf 77 Cent kann ich hier nicht, äh, erkennen, der, der dort bei Seeking Alpha genannt wurde. Also, der AFFO ist noch gestiegen, aber eben, äh, in diesen beiden FFO-Größen haben wir einen Rückgang. Ich hab jetzt immer nur in meinen Tabellen den AFFO drin, ähm, ähm, ich wusste auch mal den Unterschied, aber, ähm, ich, äh, jetzt so aus der Erinnerung würde ich nur, äh, Unsinn erzählen, deswegen mach ich das mal nicht. Hm. Ja, hier über die Neuvermietung haben wir schon gesprochen. Dann hier die, ähm, der Aufkauf von Immobilien, äh, 67 Stück hier in den USA und 15 in Europa. Und das sind, das ist die, ist die Zahl von 169, die ich eingetragen habe. Vielleicht hätte ich auch nur die 82 eintragen sollen, weil das andere ist ja noch Under Development und dann würde das vielleicht ein bisschen besser zueinander passen. Ja, kann sein. Ich glaube, den Fehler hab ich, äh, in meinen Tabellen immer gemacht, müsste ich eigentlich mal, äh, rückwärts durcharbeiten. Oh, da hab ich ja Bock drauf. Gut, ähm, hier nochmal zum Thema Same-Store-Rental. Äh, äh, man hat also hier einen Zuwachs von 999 auf 1,001 Milliarden, genau, äh, an Einnahmen durch Same-Stores, also Same-Store-Rental-Stores. Hm. Wir müssen jetzt auch nicht weiter hier bei diesen Zahlen verweilen, wir können uns auch diese schöne Präsentation jetzt nochmal einsteigen. Hier sehen wir so einige Kunden, Salesbury, Starbucks, äh, Walmart, das sind natürlich auch ganz gute Kunden. Das ist die, äh, Gesamtsicht der, äh, äh, von den Aktivitäten von, äh, Realty Income hier Europa, USA mit Alaska, da sind sie aktiv. 652 Monatsdividenden deklariert und, äh, 108, äh, Dividenden, äh, Zunahmen sozusagen und man hört zu den, äh, S&P 500 Dividenden, äh, Aristokraten natürlich damit auch, ähm, Real Estate Portfolio, also Immobilienportfolio ist, äh, verteilt ist, hauptsächlich hat man hier, ähm, Low Price Point Service orientiert, also Sales sozusagen. Dann gibt es auch, ähm, äh, Industrie und dann gibt es eben auch Aser, da sind dann auch die Casinos drin, könnte ich mir vorstellen. Die Highlights, man hat, ähm, 740 Millionen investiert mit einem, äh, Yield von 7,4 Prozent. Ja, muss man jetzt mal in Relation eben setzen, wir haben jetzt hier Zinspapiere rausgegeben auf der Aufwandseite von 5, 5,2 Prozent, also 7,4, der Abstand ist jetzt nicht mehr so riesig, ne? Es ist nicht so, dass man hier 9 Prozent stehen hätte sozusagen, ähm, ähm, FFO, genau, der ist, äh, gegenüber Vorjahr gewachsen um 3 Prozent, äh, die Belegungsquote hier 98,7, das ist meine, äh, 1,3, die habe ich hierher genommen, ähm, und Rent Recapture, also Neuvermietung 5 Prozent, äh, gegenüber der Altvermietung. Und man hat hier, äh, 92 Properties wieder in, äh, gekauft und in, äh, oder fertiggestellt im Bau. Und man, man versucht jetzt auch über Private Business, Private Capital, äh, Finanzierung darzustellen, das verstehe ich jetzt so, dass man da, äh, nicht nur über die, äh, über Börsennotes sozusagen gehen will, sondern sich auch günstiger, äh, refinanzieren will. Das ist auch, denke ich, dringend notwendig, ähm, ja, auf den Outlook können wir nochmal gucken, den finden wir, glaube ich, aber auch in diesem Papier hier ganz, äh, instruktiv am Ende, wenn ich mich nicht täusche. Hm, kann sein, dass ich mich täusche. Geht nichts über eine gute Vorbereitung. Hier haben wir den Outlook, also Nettoeinkommen pro Aktie hat man ein bisschen zurückgenommen, von 1,20 bis 1,30 auf 1,15 bis 1,20. Das ist ja doch nochmal, dafür, dass wir jetzt Q3 abgeschlossen haben, eine Warnung, dass die, der Gewinn ein bisschen rückläufig sein wird. Ähm, beim AFFO allerdings haben wir hier 15 bis 14, das ist konstant gehalten und ein bisschen nach oben gedreht. Und beim, äh, FFO Normalize nennen die das dann hier, ist aber auch ein bisschen nach unten gedreht, von 4,28 in der Spitze auf 4,21, von 4,19 im, äh, Low Point auf 4,16. Da ist man auch ein bisschen nach unten gegangen, sozusagen. Bei der Belegung bleibt man dabei, 98% per Jahresende und, äh, ansonsten, Investmentvolumen hat man sogar nach oben gedreht, war die ursprüngliche Schätzung 3 Milliarden, ist man auf 3,5 Milliarden gegangen. Income Tax kann sein, dass das nicht nur eine Basissteuer in den USA ist, sondern dass man auch Einkommenssteuern in den anderen Ländern bezahlen muss, wo ja vielleicht dieser US-REAT-Status gar nicht anerkannt wird. Also in Deutschland, denke ich, werden die vielleicht, da die kein deutscher REAT sind, nicht von der Steuer freigestellt, keine Ahnung, das kann ich nicht beantworten. Oder in Portugal oder Frankreich. Also die deutschen Immobilien sind auch relativ, äh, wenige. Ja, das mal zum Ausblick, äh, die sprechen hier noch, also man kann hier noch sehr viel in Details einsteigen. Das ist das Volumen, was man so insgesamt im US-Markt hat, sind also 4.700, ähm, Milliarden. Und davon haben die jetzt ungefähr, ja, nicht ganz die, die 50, sagen wir mal 40 sind in den USA. Also man sieht, da ist noch wirklich viel Volumen, äh, was man in den USA finanzieren kann. Und dann ist hier nochmal rausgenommen, Data Center und Gaming, das machen die so ein bisschen auch, aber ist ja nicht ihre Spezialität, da gibt es andere REATs. Ähm, und dann haben wir Europa da nochmal dagegen gesetzt. Das ist insgesamt auch 5,9 Billionen und 2,6 Billionen in UK. Und in der Summe, das erstaunt mich ehrlich gesagt ein bisschen, ist dieser Markt eigentlich größer als in den USA. Hätte ich fast so nicht erwartet, sagen wir mal. Ähm, ja. Werterzeugung, hier nochmal ein schönes Gebäude. Ähm, es wird hier nochmal drauf hingewiesen, äh, äh, wie die ihren AFFO und auch den, äh, Total Return für die, äh, Aktionäre haben steigern können, über diesen langen Zeitraum von 1996 bis 2024. Ja. Hier sehen wir ein bisschen die Niedrigzinsphase. Und, ähm, der Investment Spread, also zwischen den, äh, T-Builds, oder den 10-Jahres, äh, äh, Wertpapieren der USA und Realty Income haben wir hier diese Differenz. Und, äh, die ist jetzt auch wieder ein bisschen, ähm, größer geworden. Measured as Acquisition Cap Rate Spread. Okay. Also das, was die jetzt an, ähm, an Spread haben bei der Akquisition von neuen Projekten, wenn, wenn sie da ausweisen, 7,4 und davon diese 10-Jahres, äh, Zinsen abgezogen, dann sieht man hier den, den Unterschied sozusagen. Ja gut, da kommen wir mal noch, die Geschäftsausgaben müssen da leider nur abgezogen werden, denke, würde ich mal sagen. Aber gut, ähm, was weiß ich schon. Da, hier geht's nochmal um Data Center und so weiter, äh, dann hier die, ähm, genau, Data Center ist auch in Europa ein Thema. Frankfurt, Amsterdam, da stehen also auch einige, ist auch nochmal Frankfurt genannt. Die werden dann auch überregelt. Hier haben wir die Decathlon-Geschichte da. Da bin ich nicht so sicher, ob ich das so gut finde, ganz ehrlich gesagt, ob das wirklich so ein Geschäftsmodell ist. Ob wir diese Dinger hier noch in 10 Jahren im Betrieb sehen, keine Ahnung. Ob die Leute nicht doch da nur zum Gucken gehen und sich das dann bei Amazon mit 20% Discount kaufen, weiß es nicht. Äh, oder bei irgendwelchen anderen Versendern. Hier nochmal, äh, ein bisschen Europäische Union, ähm, ja, Bruttoinlandsprodukt und so weiter ist es, glaube ich, jetzt nicht so interessant, wenn die da selber nachschauen. Die loben sich dafür, dass sie eben sehr niedrige Volatilitäten haben, äh, auch im Aktienkurs. Ich glaube, da geht's hier auch drum. Also gemessen an dem Risiko, was ja relativ gering ist, haben die eine recht hohe, ähm, Return, wenn man den Return, also nicht pro Aktie, sondern pro Risiko rechnet, dann liegen die hier im Best des SOP 500, äh, und, äh, Return per Unit of Market Risk, also gemessen am Risiko dieser, dieser lang laufenden Mietverträge, haben die einen ganz guten Return. Das, ja, es ist ein bisschen alles, also die veröffentlichen natürlich hier auch keine Statistik, die sagt, äh, wie schlecht sie sind, sozusagen, ja. Und auch hier geht's um die Kreditnachhaltigkeit, dann haben sie hier verschiedene Messgrößen, also Bruttomargen, äh, ähm, Revenue, und da sind sie überall nach ihrer Einordnung, mh, unter den, äh, ersten Plätzen sozusagen. Ja, es gibt andere Net in, äh, Reeds, die besser stehen, die 99 oder 99.5 haben, da sind sie mit 98.7, ist immer noch ein guter Wert, aber ist nicht topnotch, sozusagen. Ähm, ja, hier ist das Bellagio, da sind sie ja auch jetzt drin. Hier sind die, äh, Fälligkeiten der Schulden, hier hätte ich das daraus ablesen und mir abbasteln können. Ähm, es gibt aber, glaube ich, noch eine andere Darstellung, wo das auch mal in Form einer Tabelle gemacht wird. Also, in 2024 fällt nur noch eine Hypothek an, äh, äh, die Hypotheken spielen aber praktisch keine Rolle hier, hier, äh, dabei. Also, ich glaube, 99% hier aller Schulden, die sie haben, sind unbesichert. Das ist ja, das zeigt auch schon mal, dass sie als sehr, äh, vertrauenswürdiges Unternehmen wahrgenommen werden. Die müssen eben keine Hypotheken auf ihre Immobilien vergeben. Die Immobilien sind also bis auf hier so ganz wenige frei. Nächstes Jahr 1,9 Milliarden, das ist ja für Realty Income nicht sehr viel. Dann wird es mal ein bisschen mehr in 2026. Aber wir haben ja auch gesehen, es gibt auch viele Papiere, die auch über 2034 hinaus bis in die 2050er noch laufen. Also, hier 99% sind, äh, unsecured, äh, und 97% haben, sind festverzinslich. Also, wir haben hier keine variabelverzinsliche, äh, Refinanzierung, sondern es ist alles festverzinslich, sozusagen. Und bei Moody's haben sie ein A3-Rating, bei S&P Global ein A-. Ja, wir haben hier also auch keine BBB, wie wir es bei den BDCs manchmal sehen, oder BB-Ratings, sondern wir sind hier im A-Bereich. Deswegen kriegen die auch günstige Finanzierung im Bereich 4, 5% auf unbesicherte Papiere, die sie an der Börse begeben. Ja, und dann haben sie auch noch hier Revolver, ähm, 3,8 Milliarden, dann können sie noch Aktien rausgeben, Unsettled, ATM-Forwards, auch ungefähr eine Milliarde, sodass sie also, wenn sie schnell Geld brauchen können, dann haben sie hier eine Möglichkeit, bis zu 5 Milliarden locker zu machen. Das ist schon eine ganz, ganze Menge, würde ich sagen. Also, von all den Unternehmen, die ich hier so sehe, ist diese Möglichkeit, zumindest sich schnell mit so Liquidität zu versorgen, über bestehende Vereinbarungen, wohnen, das hat sonst kein anderer. Die meisten, äh, Finanzierungsfirmen hier, Rhythm oder, äh, Arbor, die haben dann vielleicht mal eine Milliarde, 1,6 Milliarden, aber 5 ist schon eine große Zahl, wobei hier ja nicht aus dem Weltall plötzlich eine neue Tankstelle auftaucht, die dann am nächsten Tag, äh, finanziert werden muss. Die Immobilienprojekte sind ja auch ein bisschen länger von, äh, auch auf der Seite der, der Nutzer, die wollen jetzt eben eine neue Tankstelle bauen, das dauert ja auch, sechs Monate, also naja, in Deutschland würde es drei Jahre dauern, äh, aber, äh, in den USA geht das vielleicht ein bisschen schneller. Ja, hier die Mieter, wer mir immer nicht gefällt, ist Walgreens, die sind ja so ein bisschen in Schwierigkeiten, so ein Pharmazie, Bude, äh, da sind immerhin 3,3 Prozent, wenn die mal in, äh, Insolvenz gehen, I don't know, die anderen, das scheint mir alles so, in, in, äh, Ordnung zu sein, also so ein, Walmart, so eine bestimmte Unterabteilung, Fitnessveranstaltung, auch Pharmacies hier, 7-Eleven, äh, Walgreens ist hier so, Dollar General hat ja auch nicht so gute Zahlen jetzt vorgelegt, aber ich glaube, da ist man nicht, nicht in der Nähe von, bei, äh, bei Walgreens sieht das, glaube ich, nicht so schön aus irgendwie, ähm, die teilen ihre Mieter hier so in verschiedene Gruppen ein, und, äh, äh, Service-orientiert, äh, dann hier nicht, äh, äh, non-discretionary, also, äh, aber da geht's um, äh, Nahrungsmittel oder nicht oder so, ne, also, ich glaube, discretionary, Oh, da will ich mich jetzt nicht festlegen, da ist mein Englisch jetzt auch nicht gut genug, ja, historisch, äh, stabile, High-Quality Immobilienportfolio, was sie haben, ja, das hätten wir jetzt nicht erwartet, also die 98,7 sind an ihren eigenen Maßstäben gemessen gut, langfristiger Durchschnitt 98,2, wenn es mal unter die 98 geht, dann ist das schon nicht so schön hier, wie 96,6, die wir mal 2010 gehabt haben, okay, aber man kann auch umgedreht sagen, selbst in der schweren Immobilienkrise in den USA, hatten die immer noch eine Belegung von 96,6 hier, 2010, ich weiß nicht, was das Blaue jetzt ist, das ist wieder irgendein, ähm, die alle Reads, die im S&P 500 sind, die haben eine niedrige Belegungsquote, es gibt aber Reads, die noch eine höhere Belegungsquote haben, das muss, äh, ich glaube NNN oder so ist so einer, ähm, Leasingdauer, das ist ja auch wichtig, 0,338, also jetzt die Frage, welche Immobilien laufen in den nächsten drei Jahren aus, liegt ja also im Bereich 8, äh, 7,9% der Immobilien müssen wieder neu bearbeitet werden, in den nächsten Jahren, und die gute Hälfte ist hier also im Bereich über 10 Jahre, also es ist nicht so, dass man nichts machen muss, aber es ist jetzt auch nicht so, dass hier jedes Jahr, ähm, 10% der Immobilien neu bearbeitet, äh, werden sozusagen die Mietverträge auslaufen, also eine Furcht ist zum Beispiel, dass Walgreens, die haben ja gesagt, die wollen, äh, Stores schließen, dann schließen die den Laden, zahlen noch zwei Jahre ihren Mietvertrag, und dann wird der, ist das, äh, äh, dann geben die die Immobilie frei, ähm, und dann, äh, muss Realty Income einen anderen Mieter finden, das kann durchaus, ist durchaus ein Risiko, was da drin steckt, ähm, ja, Unterschriftsprozesse, ich glaube, das ist auch nicht so interessant, ich denke, das waren so die Highlights jetzt auch, hier gibt es noch ganz viele Themen, in die man sich so ein bisschen hineingraben kann, aber, äh, äh, das ist jetzt schon wieder lang genug geworden, das Video, die ersten sind schon eingeschlafen, wie ich sehe, also, ähm, belassen wir es damit mal bei, eine Aktie, wo ich im Moment sagen würde, hm, kann sein, dass sie nochmal ein bisschen runterkommt, und, äh, dass man dann sich einkaufen kann, äh, ich glaube, äh, Realty Income wartet auch jetzt ein bisschen auf eine Zinswende, das würde dem wieder ein bisschen mehr Luft verschaffen, im Moment finde ich die Refinanzierungskosten schon, nennenswert, kann man eigentlich sagen, hier mit den, äh, mit den steigenden, wo haben wir sie, da, mit den steigenden Refinanzierungskosten, wenn jetzt die drei neuen Sachen, die man abgeschlossen hat, über 5% lagen, dann bin ich mir sicher, dass wir hier nächstes Quartal, äh, eine 4,2 sehen werden, tippe ich jetzt einfach mal, also, hm, gut, dann danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit, und ich glaube, das Video, das ist ja eine Aktie, die sehr viele Leute haben, das werde ich jetzt mal zwischenschieben, und dann rutscht eben, äh, aber Realty einfach nach hinten, das ist nicht schlimm, ja, danke dafür, und, ähm, es geht weiter, es kommen ja noch ein paar interessante Sachen, wo ich jetzt wirklich heiß drauf bin, das hier ist so, ja, ist ganz interessant, aber, äh, ist jetzt auch kein, ist jetzt auch keine News drin, wo ich sage, äh, das hat mich jetzt vom Stuhl gehauen, sozusagen, eigentlich so etwas, was man auch erwarten konnte. pop, und. Vielen Dank.